Ihre nächsten Anschlüsse. ICE 639 am München Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof. Abfahrt 15 Uhr 23. Heute circa 5 Minuten später vom Gleis 2. ICE 689 am München Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof. Abfahrt 15 Uhr 23. Heute circa 5 Minuten später vom Gleis 2. ICE 74 nach Kiel Hauptbahnhof über Hannover Hauptbahnhof. Abfahrt 15 Uhr 21. Heute circa 15 Minuten später vom Gleis 3. ICE 789 am München Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof. Abfahrt 15 Uhr 36 vom Gleis 3. Und ICE 579 nach Stuttgart Hauptbahnhof über Frankfurt Hauptbahnhof. Abfahrt 15 Uhr 37 vom Gleis 2. Untertitelung des ZDF öffentlich- b��geb acted wie es س